ja halli hallo ihr lieben wir sind hier in world of warcraft rastos lichting classic in der version 343 wir sind hier in ordentlichem scholaser becken hier bei der warte der schöpfer und sind hier bei so einer kiste verwitterte kiste da kann man eine quest annehmen er wollte einen gewaltigen gesteinernen schlüssel von einem der scholaserwächter in der nähe und bringt ihn zur verwitterten kiste bei der warte der schöpfer wir bekommen da wieder vier items und 19 gold 76 dass die bräume ist gold wir nehmen die quest an und jetzt können wir hier loslegen also einer dieser wächter soll wohl diesen schlüssel haben der nicht und der nicht und der auch nicht und der auch nicht mal gucken vielleicht der ne bestimmt noch eine drop chance also hat er alle jedes item hat eine drop chance aber so ok die waren alle nicht so erfolgreich vor dem rennen wir mal weg ne ja der hat ihn gehabt jetzt können wir zurück zur verwitterten kiste so geben wir die quest ab bekommen wir jetzt hier die brustplatte das gold und die quest eine verwitterte kiste ist damit auch beendet ich bedanke mich fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet gerne mal auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal